So funktioniert ein Reinraumzelt. Im Reinraum wird unter reinen Bedingungen gearbeitet. An der Decke befinden sich Filterfan-Units oder eine Lüftungsanlage, durch die saubere Luft in den Reinraum eingebracht wird. Reinraumvorhänge begrenzen das Reinraumzelt. Die gefilterte Luft durchströmt das Reinraumzelt und entweicht durch den Zwischenraum zwischen Lamellen und Boden. So entstehen im Raum reine Arbeitsbedingungen. Dies ist wichtig, zum Beispiel in Medizin, Pharma- und Halbleiterindustrie.